Was ist das, wie es ist? Ja, jetzt ist es halt, wie es ist. Und wenn es nicht so wäre, hätte es natürlich auch anders sein können. Aber eins steht für mich fest. Hätte ich im rechten Auge bliegt, Furz gelassen. Wäre weltgeschichtlich alles anders worden. Es kommt sowieso, wie es kommt. Und wenn es dann kommt, hätte es natürlich auch anders sein können. Es ist einfach nicht mehr das, wie es mal war. Auch wenn man nicht weiß, wie es genau war. Man weiß sowieso nie so genau, wie man weiß. Das hat mir alles im Vorhaus auswiesen. Das kann ja das Hirn gar nicht verkraften. Am besten ist, man weiß nichts. Man ist auch belastet. Egal, wie schwer man ist. Und wenn dann jeder sein Verstand eingespart hat, meint natürlich jeder den zuhören. Bloß, dass dann der Verstand eh der eigenen ist, sondern der den der andere eingespart hat. Also, letztlich läuft alles auf Sparbegelegenungs. Und wie hat die euch gemeint? Ihre Spareinlagen sind sicher!